Das macht Spaß! Ich habe immer so das Gefühl, dass ich mich nach oben schraub. Das kann ja nicht überall. Aber Elfie sagt das so. Das stimmt nicht gut, oder? Nein, das macht Spaß! Das macht Spaß! Das macht aber auch Spaß, verdammt. Du fahrst eigentlich nicht weiter. Wir drehen das jetzt schon länger. Aber wenn man dann mal so nach unten guckt, macht es doch keinen Spaß mehr. Wir fahren alle weiter. Wir steigen. Ich glaube, wir fallen ab. Ich glaube auch. Die Schraube ist voll locker. Ganz oben! Ganz oben! Wir fahren in die Amtsrichtung wieder festschrauben. Ja. Das ist so ausgelegt. Habe ich nur eine Runde gefahren? Ich hoffe. Also wir waren ja eigentlich die Einzigen, die geträgt wurden. Wir haben jetzt noch mal in die Amtsrichtung, wobei das viel schwieriger ist. Ja, ich verpasst... Man sieht doch besser aus. Ja, ich habe den Aubatt. Aber da ist nicht besser an der Erde. Das ist besser, ne? Und ich dachte, er will da was aufheben, weil da flog er krass runter. Und dann wird er wieder oben, es halt nur. Ich dachte, er macht mich arbeitslos. Du freckst mich immer. Ja. Gott, das hat er wieder gemacht. Ich möchte mich nicht mehr weiterlaufen. Ich kann mich nicht mehr. Ich habe auch fucking Angst, weil ich ja nicht mehr schwirr. Ich muss mal aufkommen. Ich glaube, die haben Spaß mit uns. Ich glaube, ich auch. Ich will auch gar nicht mehr. Ich fühle mich auch nur. Ich fühle mich auch nur, Esther. Ich will nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Scheiße. 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 Vor allem, dass wir eine Schlagzeile haben. Das ist auch ein Keller. Es ist nichts drauf, außer es ist da unterm Rock. Und Effi sagt, das macht Spaß. Nein, das macht Spaß. Und ich habe ein Reden in der Augen. Mir ist irgendwie so. Ich will es halt auch mehr. Ich rede dich nicht mehr an, ne? Nein. Ich habe auch noch erfahren, dass wir noch ein paar Runden über die Liederspelle haben. Nein. Nein. Wir haben keine Schlagzeile. Kann doch nicht gesund sein. Wir können es anhalten. Wir sind nicht so schwach. Bist du zu stark? Nein, bist du zu schwach? Ich bin nicht so stark. Eilt mal jemand an. Wo sind sie denn? Wir stehen. Ach, Frankfurt. Bei mir trägt sich jemand. Ach, mir auch. Oh Gott. Oh, wie geht es dir, Effi? So. Weiß ja nicht gerade jemand zu uns? Irgendwie wäre das langweilig. Scheiße, wir schicken ihm das Video. Ja. Sometimes it's better not to make sure. Wie geht es denn mit uns? Oh Gott. Wie erfahren die denn mit uns? Wie fahren die denn mit uns? Ach, gut, das wäre in die Halbzeit, falls das Video voll ist. Ja, gut. Gut. Ach, ich glaube, mein Puls ist ein bisschen. Wie viele Runden tun wir? Vier. Also eine bekam ich mit. Der Rest war Lach-und-Heul-Krampf. Warum? Aber das kann doch nicht gut sein für diese Teile, wenn wir die ganze Zeit schaukeln. Ich glaube, wir klingen hier voll. Hey, das ist für mich nicht mehr drin. Krischi, hallo! Hallo, Elfie! Ja, wo ist es? Da. Ich seh's. Komm, wir zoomen ran. Da irgendwo. Wollen wir im Wasser? Ich mach mal aus, oder? Effie, Schlussworte? Mach mal aus. Mach mal aus. Aus. Lecode, ich mich rein. Nudelneln. Räni, duками in. Hammer hat auf!" Vielen Dank.